Und mal wieder was ganz Neues. Neue Produktgruppe bei CSR. Die Heckblades. Da denkt sich jeder, was soll das? Aber es gibt einige Fahrzeuge, die haben das schon serienmäßig drauf. Wo haben wir den Gag schon mal gesehen? Beim TT RS glaube ich. Performance oder so heißt der glaube ich. Und sowas ähnliches gibt es auch glaube ich mittlerweile M2 der Neue. Kann das sein, dass der auch schon solche Dinger da verbaut hat. Und es kommt immer mehr und immer mehr. Und deswegen haben wir uns gesagt, sowas brauchen wir natürlich für unseren R8 auch. Und nicht nur für den R8. Es kommt auch für ganz viele andere Fahrzeuge. Die Konstrukteure sind hart am konstruieren und die plocken jetzt langsam alle raus. Also das gibt es natürlich für den TT RS bzw. für den TT. Wir haben dann auch noch vor so Fahrzeuge wie eben 2er BMW oder als Beispiel 8er Golf oder auch 7er und so weiter. Wir haben hier den Blade. Der Blade selber gibt es hier in den verschiedenen Oberflächen, so wie ihr das ja kennt. Wir haben hier Carbon, Matte Carbon, Lackierfähig, hier Glossy Variante, Kupfer haben wir jetzt noch im Programm und so weiter. Also ihr könnt euch da das aussuchen. Und das Inlay, die Verbindungsstücke, das ist hier dann so ein genanntes RP-Teil. Das ist dann individuell auch an die Kontur des Stoßfängers angepasst. Also das passt perfekt. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze mit 3M zu verkleben. Also Easy Mounting, perfektes Passform und halt eine richtig geile Optik. Und vor allem mal schnell an der Tanke sozusagen dran gepackt. Ihr habt hier auch noch mal so eine Phase, die wir hier eingearbeitet haben in das RP-Teil, damit wir auch sofort wissen, wo sitzt denn oder wie sitzt denn das Teil? Klack! Ich kann nicht irgendwie so hinkleben oder so hinkleben. Nein, das hier ist der Garant dafür, dass euer Blade auch auf der richtigen Position ist. Und er ist der Garant dafür, dass das Weiß hier unten vom Stoßfänger nicht durchschaut, sondern eine schön geschlossene Optik gibt. So, wie machen wir das Ganze dran? Einfach mit 3M Klebe und kleben. Natürlich kleben, aber wie ihr alle wisst, vorher mal sauber machen. Genau. Mit dem Reinigungstuch ist dabei. Und ganz wichtig bei den Teilen, da gibt es auch einen Primer dazu. Genau, jetzt vor allem jetzt bei den Fahrzeugen hier APA 300. Da ist grundsätzlich bei allen Anbauteilen immer nicht verkehrt mit dem Primer zu arbeiten. Den an den Berührungsstellen auftragen, paar Minütchen ablüften lassen und dann könnt ihr das Ganze schon verkleben. Das Klebeband haben wir dann soweit vorbereitet. Primer ist drauf und abgelüftet. Und dann kann man den Flap auch am besten erstmal so ansetzen, damit nicht direkt die offenen Klebestreifen Kontakt haben. Und dann kann man ihn leicht nach hinten andrücken, schauen, dass die Phase gut sitzt. Und dann können wir hier unser Klebeband einfach rausziehen und dann wie immer andrücken. Cool und total easy, wie ihr sehen könnt. Genau. Das Geile ist natürlich diese Phase, die wir hier drin haben und dass wir im Endeffekt die Farbe des Stoßfängers unten abdecken können, sonst schimmert er da unten raus. Wir können euch das mal zeigen, weil wir entwickeln uns ja auch weiter. Wir haben nämlich auf der anderen Seite ein Teil konstruiert gehabt, wo es eben nicht so war. Aber keine Angst, ihr bekommt natürlich hier das Ganze in der Endversion, schön sauber abgedeckt und eine Orientierungshilfe für die Position. Und dann geht's. Cool, ziemlich geil. Vor allem passt es ziemlich gut zu den Sideplates, die der R8 sowieso haben. Für den Heckansatz ganz cool weiter. Genau, zieht den Heckansatz weiter. Ja, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Add-on findet und ob ihr Bock habt auf euer Auto. Gerne könnt ihr auch Vorschläge mit einbringen, so nach dem Motto, mach mal, keine Ahnung, Ford Focus oder so. Und dann versuchen wir das natürlich zu berücksichtigen bei der nächsten Konstruktion. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, durch die Welt teilen, ihr kennt ja die Späße. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.